Der existierende Mensch Eine existenzanalytische und logotherapeutische Radiosendung auf Freirad, freies Radio Innsbruck auf 105,9. Näheres zu dieser Sendung sowie zu vergangenen und zukünftig geplanten Sendungen finden Sie unter www.sinn-los.at Durch die Sendung führt Sie Markus Felder, Psychologe und Psychotherapeut, Existenzanalytiker. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen 26. Sendung der Sendereihe Der existierende Mensch. Heute wieder zu einem ganz interessanten Thema. Heute das Thema Sucht und Sinn. Sucht mit dem Schwerpunkt Alkohol, aber vielleicht auch nochmal andere Süchte, aber da kommen wir nachher noch hin. Heute bei mir ein ganz interessanter Studiogast wieder. Mein Name ist Harald Golser, Präventionsfachkraft mit der Ausbildung in BWL und in Psychologie. Meine Damen und Herren, dass Sie sich ein bisschen was vorstellen wieder können zum heutigen Studiogast, wie Sie es gewohnt sind, der existenzielle Steckbrief. Ja, am Anfang beginnt es ja immer mit dem Namen, auch wenn Sie es schon mal von mir gehört haben, trotzdem. Name? Harald Golser. Geboren? In Halle in Tirol am 17.08.1963. Harald, wie bist du denn aufgewachsen? Die ersten neun Lebensjahre habe ich am Land verbracht, beginnend die ersten vier Lebensjahre in Tulfes und dann in Arzl. Und das war von der Kindheit her eine ganz tolle Phase mit viel Zeit im Freien, mit Freunden, mit viel Spaß in der Natur. Harald, und das heißt, du hast es zwar jetzt eh schon gesagt, aber diese Freiheit mit der Natur, diesen Spaß, ist das das, was du mit deiner Kindheit verbindest oder fällt da dann noch was dazu ein? Eigentlich zentral die Streiche und das Zusammenspiel im Freundeskreis in der Natur, was dann sich eigentlich sehr verändert hat mit der Übersiedlung nach Innsbruck mit neun Jahren, wo der Rahmen ein engerer Baum gerade noch als Kind am liebsten ruhig sitzen hat, der zahlen im Hof und sich nicht mehr so bewegen hat können, wo Fußballspielen schon nicht so gemacht wurde, weil die Kinder ruhig sein sollten. Da hat man nicht so tollen können, wie das eigentlich gewohnt war und wie das eigentlich toll war am Land, wo natürlich die freien Wiesen und der Waldummer waren. Ja, interessant, dass da so ein extremer Unterschied dann war zwischen der Stadt und zwischen dem Land. Das war beginnend bei mir und den Freunden in meinem Alterskreis und war dann viel, viel schlimmer bei meinem Bruder, der sieben Jahre jünger ist, weil die haben schon gar nicht mehr in der Wiesn spielen dürfen. Die Hunde haben rein sein dürfen, aber die Kinder wollten wir nicht, dass die da oben tollen. Die haben noch am Asphaltfußball gespielt. Das hat man auch noch schnell abgestellt. Erstens haben sich die Kinder wehrtun, wenn sie hergeflogen seien. Und dann war es auch zu laut, weil es so gekildert hat von den Bällen. Und die gleichen, die die Jugendlichen eigentlich noch in die Stadt trieben, waren die, die sagen, die Jugend von heute geht Bier trinken in die Stadt. Aber mit verschränkten Händen auf die Plätze im Hof unten sitzen, ist natürlich nicht das gewesen, was Heranwachsende toll finden. Also stark reglementiert dann alles. Ja. Harald, und dann, so nach der Kindheit? Mein Traum von klein auf war, Tierforscher zu werden, bis in die Hauptschulzeiten, bis ich erkennen habe müssen, dass das Berufsbild eigentlich so nicht gibt oder das jetzt nicht ein gewöhnlicher Beruf ist, wo man eine Ausbildung macht. Dann wollte ich noch Tierarzt werden. Das hat mir aber die Mutter ausgeredet, die nicht wollte, dass der Bub jahrelang in Wien ist. Und so bin ich dann in den kaufmännischen Bereich gekommen, habe die Hack gemacht und habe 1983 im EDV-Bereich angefangen zu arbeiten. Das war jetzt nicht, weil ich gesagt habe, das ist genau das, was ich machen will, aber das hat sich angeboten. Das war interessant, eine neue Welt. Und über 20 Jahre bin ich in dem Bereich dann auch tätig gewesen. Ich habe aber dann, beginnend nach Jahren, wo Programmierung, Organisation, Projektleitung, wo man halt so den internen Aufstieg in der EDV macht, gemerkt, das kann ich mir niemals vorstellen, bis zur Pensionsmachung. Was mich immer schon von klein auf interessiert hat und was man getaucht hat und verstärkt hat in der Jugend beim Ausgehen, sind andere Leute, die Begegnung mit anderen Leuten, warum sind die so, wie sie sind und dieser Austausch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich mit Psychologie auseinandergesetzt habe und das studiert habe und dann gewusst habe, nach dem Abschluss vom Studium, ich merke eigentlich nur mehr in dem Metier tätig werden, über einen Zwischenschritt der Selbstständigkeit, wo ich arbeitspsychologisch arbeiten wollte, wo praktisch die Verknüpfung von der Arbeitswelt, die ich kannte habe, mit dem Psychologiethema Konflikte, Stressbewältigung, Umgang miteinander. Das Thema war, das war nicht so erfolgreich, das habe ich lassen müssen, bevor ich in den Konkurs gehe, das ist nicht so nachgefragt worden, bin ich außerplanmäßig auch wieder im Thema Sucht gelandet, habe am Aachensee die Drogentherapieeinrichtung dann über zwei Jahre geleitet und das Thema Sucht hat, ohne dass es geplant war, mich eigentlich nicht mehr auslassen, weil ich dann in Maßnahmen für das AMS mit Langzeitarbeitslosen auch immer wieder auf das Thema gestoßen bin und jetzt in der Suchtpräventionsstelle für Firmenansprechpartner bin, wenn es darum geht, wo wäre das Ganze problematisch, darum eben Mehrzahl Alkohol, weil das weiter verbreitet ist, aber gilt gleichermaßen auch für andere Süchte, wie fängt das Ganze an, wo kippt es und vor allem natürlich das Interessante dann, was kann ich denn tun und da merkt man, dass sehr viel Ratlosigkeit da ist, nicht nur Führungskräfte, sondern im Umfeld und ich denke, sehr, sehr viele Leute kennen in ihrem Umfeld, Freunde oder gar in der Familie, wo man sagt, irgendwas haut da nicht mehr ganz hin oder es ist besorgniserregend und man weiß nicht, wie man tun soll. Hat dich das dazu einmal interessiert, so ein Thema, oder ist das immer noch das, was dich an diesem Thema interessiert? Das hat mich dazu einmal in das Thema gebracht, weil dort gerade in dem Bereich eine Stelle frei war, das war jetzt gar nicht einmal so von mir aktiv gewählt, aber es war für mich dann auch wieder spannend und interessant mit Leuten, die am Achensee mit illegale Drogenprobleme haben oder im IMS-Kontext, die mit Alkohol vermehrt Probleme haben, zu schauen, woher ist das gekommen, was kann man tun, dass sie sich da wieder ausserterschlingeln und einfach die Erfahrung, was für sensible, interessante Menschen das sein und welche Schicksale dahinter stecken, dass die einigrutscht sein, wo man gedacht hat, man sollte vorsichtig sein mit schnellen Beurteilungen, so wie Leute dann ausschauen oft und sich als Giftler unter Anführungszeichen vielleicht abqualifiziert, wenn man die Historie hinter sich hat, wenn ich da denke an viele Mädchen, die missbraucht worden sind daheim, welche die nicht wissen, wie andere mit dem umgehen würden oder in dieser Hilflosigkeit auch in ähnliche Problematiken schlittern würden. Bevor wir näher noch in dieses Thema einsteigen, Harald, was machst du denn eigentlich gern? Meine große Leidenschaft ist Musik. Musik für jede Stimmung sozusagen, ob trauriger oder meditativer Hintergrund, ob aufputschend unter Anführungszeichen, antreibender Happy Sound oder in der Richtung. Ich habe da eine Sammlung mit über tausend CDs und Vinylplatten und das ist so ein großer Teil, wo ich mir einen Gegenpol zur Arbeitswelt hole, wo ich Energie auftanke, wo ich entspanne. Und das andere ist nach wie vor auch die Natur geblieben, mit der Freundin zu wandern, auch schauen, dass man den Nahbereich hat, wo man noch gar nicht weit fahren muss unter der Woche nicht mehr wieder, in dem man am Inn spazieren geht oder am Flughafen draußen, die Natur nutzt, die bei uns noch recht leicht erreichbar ist. Und wo ich Tirol als meinen Lebensmittelpunkt sehe, was mir einfach gefällt. Mit der kurzen Fahrt man schon irgendwo in einem Tal draußen ist und sich das Herz auftut, weil man die Naturkostbarkeiten sieht, die wir da haben und vielleicht oft viel zu wenig schätzen. Ja, Harald, bevor wir jetzt näher auf das Thema einsteigen, was würde denn jetzt so hinführend auf das Thema ganz gut passen? Auch bevor man das sagt, vielleicht noch ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung von dem Lied, was wir am Anfang gehabt haben. Wie hat das nochmal geheißen? Das ist ein Lieblingstitel von mir, also Pink Floyd, gerade zu meinen Lieblingsbands und das ist von einem Elternalbum, das Obscurt by Clouds heißt, der Titel Obscurt by Clouds, ist die Filmmusik zu Lavalée, hat der Film geheißen. Okay. Der nächste Titel ist auch wieder von einem meiner Lieblingsinterpreten, der Wolfgang Ambros, der gerade bei dem Thema natürlich nicht so gute Figuren macht inzwischen und man merkt, dass er auch sich nicht einmal mehr für Interviews leider zusammenreißt, unter Anführungszeichen und der hat ein Lied. Wem heute nicht schlecht ist, das ist ein bisschen so, die Feierkultur, gegen die aber nichts einzuwenden ist, die positiv ist, darstellt und eigentlich dort aber auch schon ein bisschen erkennbar ist, dass das Ganze dann schon umkippen kann in etwas, was dann schwieriger ist. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung hier Freirat 105,9 im Stadtgebiet Innsbruck. Sie hören diese Sendung jeden ersten Donnerstag von 20 bis 21 Uhr und in der Wiederholung am Montagvormittag. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch live in die Sendung kommen wollen, dann bitte rufen Sie an oder schicken Sie mir ein Mail. Näheres hier zu erfahren unter www.sinn-los.at Einfach den ersten Link anklicken. Auch können Sie mir gerne Anregungen schicken. Sie können mir Ihre Sinngedanken schicken. Eine Rubrik, die ich immer wieder mal drinnen habe in der Sendung. Also, ja, melden Sie Ihnen. Sie können auch unter dieser Adresse die vergangenen Sendungen nachhören. Allerdings dann aufgrund von Copyright-Problematiken, sage ich einmal, dann ohne Musik. Also, wenn Sie wirklich live hineinhören wollen mit Musik, dann schalten Sie ein. Heute ganz interessanter Studiogast wieder bei mir hier im Studio. Harald Golzer, Präventionsfachkraft mit der Ausbildung in BWL und Psychologie. Heute zum Thema Sucht und Sinn. Und vor dem letzten Lied haben wir so den existenziellen Steckbrief gehabt. Das heißt, ganz zentral für mich in Erinnerung, Harald wollte eigentlich Tierforscher, Tierarzt werden. Dann über die EDV ist er zu dem kommen, dass er gern mit Leuten zusammen ist, dass er gern ein bisschen ergründet, warum Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Dann über die Suchttherapie in Aachensee, wo er Leiter von einem Suchttherapiezentrum war, über Selbstständigkeit, was er davor war im Bereich der Arbeitspsychologie. Eigentlich da, wo er jetzt ist bei dieser Stelle. Harald, das letzte Lied vom Ambros. Wieso dieses Lied? Das Lied drückt sehr viel für mich aus. Die Feierkultur, die wir haben. Man sagt, wir haben es eine nasse Kultur, wo bei den verschiedensten Gebräuchen, Situationen, Alkohol eine große Rolle spielt, was jetzt überhaupt nicht zu verteufeln ist. Suchtprävention heißt ja dann, wo kippt das Ganze von einem Genuss oder einem Fun in die Abhängigkeit. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass bei dem Thema, wenn ich in einen Betrieb oder zu Leuten komme, ein Schwarz-Weiß-Denken da ist. Entweder eben man trinkt sehr viel, ist exzessiv oder man trinkt gar nichts und von mir als Fachkraft nimmt man dann oft unrealistischerweise an, dass ich kompletter Abstinenzapostel bin, der kein Alkohol trinkt und das erzeugt dann am Anfang oft eine recht verkrampfte Stimmung in Veranstaltungen, wo Leute denken, was wird jetzt der Apostel oder Enkel da vorbringen und das entspannt sich dann rasch, wenn ich da und dort aus der Situation her sage, dass ich gerne Efeweizen trinke, dass ich genauso da und dort über den Durst trinke oder mich erwischt, das aber nicht das Thema ist, sondern es darum geht, wo kippt die ganze Geschichte, wo entsteht eine Abhängigkeit oder wo wird das Ganze einfach gesundheitsgefährdend. Es ist eben immer wieder interessant, dass man denkt, da kommt ein Apostel, der an jedes Bier abspricht und nur von der Gefährlichkeit der Substanz spricht, man muss einmal sagen, dass über 70% der Bevölkerung Alkohol trinkt, ohne gesundheitsgefährdende Risiken einzugehen, darum ist es auch ein Genussmittel und nicht ein reines Rauschmittel. Aber, und das denke ich wissen wir, alle gibt es nicht so kleine Anzahl von Leuten, die wirklich in schwierige Situationen kommen, jetzt nicht nur, wenn sie beim Autofahren ihr Leben verlieren, im Extremfall, sondern einfach auch eine Abhängigkeit entwickeln, die ihr Leben bestimmt und sie dann aus allen Zielrichtungen, die sie vielleicht einmal gehabt haben, herausreißt. Ganz interessant, wenn du sagst, diese zwei Dimensionen, auf der anderen Seite der Genuss und auf der anderen Seite dieses Kippen dann in den Bereich der Sucht, jetzt hast du, kann ich mir vorstellen, ganz, ganz viele Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen gehabt und auch immer noch, wo dieses Thema Sucht eine Rolle spielt, kann man so was sagen wie einen unter Anführungszeichen typischen Lebensverlauf oder es ist ja klar, du hast Verschwiegenheitspflicht, ist ja ganz gut, dass du nichts Direktes mit Namen über Leuten sagst, aber dass man sich ein besser etwas vorstellen können, du kannst ja einiges von einigen Erfahrungen vielleicht auch zusammen verknüpfen, dass nicht jetzt ein Mensch dann sich wieder auffinden kann, aber was wäre zum Beispiel, was kann man uns vorstellen, wo kann es dann kippen, wie kann quasi so ein unter Anführungszeichen normaler Lebensverlauf, wenn es sowas gibt, in den Bereich Sucht führen? Ja, vielleicht so das Alter auch vom klassischen Alkoholiker, ich spreche jetzt da immer wieder praktisch in der männlichen Form, weil doppelt so viel die Problematik bei den Männern haben, über den Frauen, der klassische Alkoholiker ist zwischen 40 und 50 Jahre alt. Warum? Weil das Entstehen der Abhängigkeit, ein sehr, sehr langer Prozess ist, der zehn Jahre und länger dauert, mit exzessivem Konsum dann auch. Man macht es aber nicht an der Menge, an so und so viel Bier oder Gläser Wein fest, sondern daran, dass eine Person Alkohol zum Beispiel wie ein Medikament, wie eine Tablette einsetzt, um seine Befindlichkeit zu verbessern, zu verändern. Was kann der Auslöser sein, verschiedene Konflikte, die ich nicht lösen kann, aufgerappelt am Arbeitsabend, also am Abend nach der Arbeit, ich brauche ein paar Getränke, dass ich wieder runterkomme vom ganzen Stress, also Stressbewältigungsmittel oder einfach um die eigene Befindlichkeit, Matt zu verbessern, wenn ich ängstlich bin, besser auf Leid zuzugehen. Das heißt, diese Substanz wie ein Medikament einzusetzen, damit es mir besser geht, dass ich anders agieren kann. Und da sieht man, dass es ein sehr, sehr langer Zeitraum ist, bis diese Gewohnheit zu einem Allheilmittel unter Anführungszeichen wird, dass ich bei jedem Konflikt, statt in einen Lösungsversuch zu gehen, sage, jetzt gehe raus, weil da kommt nichts Gescheites raus, da eskaliert es nur und jetzt gebe ich mir ein paar Getränke und diese Generalisierung, sich immer mit der Substanz zu helfen, führt dann irgendwann in die Abhängigkeit. Aber nicht der Frustrausch 1 und der Frustrausch 3 vielleicht oder bestimmte Situationen, wo man einfach mal gemütlich sitzt und zu viel trinkt, das sind Dinge, die noch nicht das Problematische sind und es macht praktisch das Gedankenmuster, das Verhaltensmuster aus, sich in zu vielen Situationen inadäquat mit diesen Lösungsmitteln weiterzuhelfen. Das heißt, versteht ihn dann richtig, weil sehr viele kennen das ja vielleicht, oder? Sie sind ein paar eher oder kann genauso eine Frau sein, sieht gegenüber, zum Beispiel wenn wir von der Frau aus gehen, einen interessanten Mann, möchte diesen gerne ansprechen, traut sich aber nicht so richtig und nimmt so quasi als leichter werdendes Mittel oder dass man sich mehr traut, dann Alkohol zu sich. Wäre das dann schon was, wo man sagt, Achtung, wie tätest du das sagen? Ich würde das jetzt als weit verbreitetes Hilfsmittel und auch etwas, jetzt noch nicht im problematischen Bereich ist, sehen. Das, was mir zudem einfällt und was spannend ist, ist, dass wir in Workshops mit Jugendlichen, da gibt es ja eben aufgrund der langen Laufzeit beim Alkohol jetzt nicht wirklich Abhängige, sondern Jugendliche, die Grenzen ausloten, die das Hau auslassen wollen und da gibt es nicht wirklich den Alkoholiker, bei illegale Suchtmittel gibt es natürlich Abhängigkeiten und da haben wir schon die Situation auch gehabt, dass ein Bursch beschrieben hat, ja, dass man ein bisschen besser ankommt bei den Mädels, ein bisschen aufwärmen, ein bisschen was trinken und dann ganz verdattert war, dass die Mädchen, die in dem Workshop waren, gelacht haben und gesagt, ja, das sehen wir sehr oft, dass dann Leute, Burschen, herschauen, die längste Zeit, wenn man schon weiß, der traut sich jetzt nicht hergehen und dann, wenn er schon zu viel erwischt hat, wackelt er daher und meint, jetzt macht er einen Riss. Das war dann ganz spannend, in so Workshops zu sehen, welche Dynamik drin steckt und dass es doch auch nicht wirklich das adäquate Hilfsmittel dann ist. Und das heißt, also so wie ich am Anfang so dieses Beispiel da umschrieben habe, auf der anderen Seite sieht man das fast gar nicht, oder? So quasi, dass sich ein Mädchen Mut antrinkt, um einen Burschen anzusprechen, das kommt eigentlich in der Realität gar nicht vor oder in deinen Workshops. die Situation habe ich jetzt nicht wirklich gehabt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die Mädchen massiv aufholen, emanzipatorisch hatte ich fast gesagt. Es rauchen ja schon mehr Mädchen, Junge als Burschen und beim Alkohol holen sie auf, aber da haben sie natürlich noch bei der doppelten Quote bei den Männern noch ist das ein weiter Weg unter Anführungszeichen. Aber ist mir nicht unterkommen, dass es Mädchen so sehen war. Ich glaube, dass da auch mit unter der Hintergrund ist die Angst vor einem gewissen Kontrollverlust, dass man sich dann auf Dinge einlasst, die man sich vielleicht nicht einlassen möchte. Harald, bevor man näher dann oder auf weitere Aspekte dieses wirklich, denke ich mal, ganz umfassenden Themas Sucht eingehen, was täte denn an dieser Stelle gut passen an Musik? Sucht hat ja schon drinnen Suchen irgendwo, also Sehnsucht und es gibt einen ganz tollen Titel von Pöpel Schulz, der da Sehnsucht heißt und der da auch ein paar Facetten auftut. Ich denke, der passt an der Stelle ganz gut. Ja, meine Damen und Herren, heute die 26. Sendung der Sendereihe zum Thema Sucht und Sinn. Bei diesem Zwischendschingel, den muss ich glaube ich mal ein bisschen verändern, ist noch nicht drinnen, dass die Sendung auch jeden zweiten Montag von 10 bis 11 Uhr wiederholt wird. Also wenn Sie die Sendung gern mit Musik wiederhören wollen, dann schalten Sie zweiten Montag wieder ein. Meine Damen und Herren, hier bei mir im Studio Harald über Sucht reden kann, weil da ist diese Dauer eigentlich noch nicht da. Du hast davor von zehn Jahren geredet, was es braucht für diese Suchtentwicklung. Was ich jetzt immer wieder mal gehört habe, was man immer wieder mal in die Medien verfolgen kann, ist der Bereich Koma-Saufen. Der ist ja hauptsächlich, sage ich mal, in den Bereichen Jugendlichen vorzufinden. Was sagst du denn dazu? Das ganze mediale thematisieren vom Koma-Saufen hat schon ein bisschen den Beigeschmack auch zu schauen, ob man dieses Alkohol-Thema auf die Jugendlichen schieben kann und damit praktisch den Spot auf die Jugendlichen, wo man was tun muss, lenkt, anstatt auf die gesamte Gesellschaft, wo, wir wissen, die abhängig sind dann schon später die 40- bis 50-Jährigen, die eben lange genug da Verhaltensmuster, die inadäquat sind, eingeübt haben. Warum ist es zu steigenden Quoten gekommen, dass Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung eingeliefert worden seien? Man hat früher allgemeine Diagnostik, sogar Diagnostizierungen gemacht im Krankenhaus mit Kreislaufschwäche oder Ähnlichem und erst seit man mehr den Fokus auf diese Thematik gelegt hat, ist genau diese Diagnose, dass eine Alkoholvergiftung vorliegt und damit natürlich steigende Zahlen, ohne dass die reellen Fälle auch gestiegen sind. Es gibt Steigerungen, das ist keine Frage, aber eben ist das ein verfälschtes Bild ein bisschen ein bisschen, weil man ganz intensiv drauf schaut, Handlungsbedarf ist auf jeden Fall, vielleicht sind auch so bestimmte Muster ein bisschen verändert, nicht ein Glas oder ein paar zu viel zu kriegen oder in der Leistungsgeschäft vielleicht zu schauen, wer schneller voll betrunken, wer fliegt vorher um, dass da gewisse Änderungen gibt, aber es gibt mehrere Faktoren, die da eine Rolle spielen bei dem Komasaufen und es zeigt sich auch, dass es oft unter Anführungszeichen mangelnde Routine ist in der Richtung, dass eine Alkoholvergiftung passiert eben, dass man sich verschätzt mit Zerhauten, also mit Schnaps und das zu schnell trinkt und einfach dort nicht weiß wie viel es vertragt überhaupt und dann praktisch Mangelserfahrung in den Punkt mündet. Später hinaus dann, wenn es in, also weite Strecken ist es der sogenannte Missbrauch dann, wenn eine Person immer öfter in bestimmten unangenehmen Situationen oder Zuständen, also wenn ich Stress habe oder nicht mehr runterkomme vom Stresslevel, wenn ich Konflikte habe, wo ich nicht weiß, wie ich sie konstruktiv gut lösen kann oder Frustrationen, je öfter ich dort die Substanz einsetze und merke, ja, ich fühle mich anders, das geht mir dann besser scheinbar, verfestigt sich dieses Muster und wird dann eben nach Zeitraum von zehn Jahren und länger zu einer Abhängigkeit, die aber ein Arzt diagnostizieren muss, da gibt es Experten dafür, das ist nicht etwas, das wir mit freien Auge im Umfeld diagnostizieren können, ob da ein Missbrauch vorliegt oder eine Abhängigkeit, aber was wir tun können und das ist eigentlich der wichtigste Appell, nicht wegschauen, weil wir nicht wissen, wie wir jetzt tun sollen oder weil es vielleicht peinlich ist anzusprechen, sondern hinzuschauen, die Person zu erkennen in meinem Umfeld, meine Freundin, mein Freund oder im Elternbereich und die Veränderungen wahrzunehmen und da gibt es eindeutig Veränderungen, dass sich die Interessen verlagern, verschiedene Dinge plötzlich nicht mehr wichtig sein, sondern einfach die entsprechende Portion Alkohol, damit man wieder funktioniert, das Äußere, das sich verändert, Verhaltensweisen, wo Ruhige plötzlich sehr schnell aufbrausen und drüber sein, wo andere plötzlich einen Rückzug suchen, es geht um das feine Wahrnehmen des Anderen, nicht das Diagnostizieren und in eine Kastel stecken aber dann anzusprechen und sagen, es verändert sich was bei dir, ich mache mir Sorgen, was ist los und dann kombiniert mit dem, den Anderen wahrzunehmen in seiner Veränderung und nicht gleich in einem Alkoholkastel oder in einem Missbrauch zu kategorisieren wollen, ein Hinweis, lasst es euch einmal anschauen oder lasst euch helfen, weil wir haben in Tirol ausgezeichnete Hilfsnetze, Vereine, die bei Alkoholproblematik ist das der Verein BIN, der in alle Bezirksstädte ist, bei illegale Substanzen die Suchtberatung, also Vereinsuchtberatung Tirol, wo man kostenlos und anonym sich Unterstützung holen kann. Als Angehöriger, der sich nicht mehr zu helfen weiß und sieht, irgendwo geht mein Vater unter oder verändert sich in der Familie sehr viel oder in der Beziehung, ich schauen kann, wie gehe ich damit um und umgekehrt, auch, ich weiß, ich kann jemanden empfehlen, geh doch dort einmal hin, schau einmal, wie die Sachlage ausschaut, was man tun sollte. Sie können sich wirklich beide hinwenden, der Angehörige und der Betroffene selber. Genau, weil ja oft Familien ausbrennen und untergehen, in der ganzen Arbeit zu vertuschen, was in der Familie mit dem Vater läuft, die Mutter ruft an und sagt, der hat sich verknöchelt, obwohl er betrunken im Bett liegt, statt die Selbstverantwortung beim Vater zu lassen, dass der in der Firma anruft, warum er nicht in die Arbeit kommt und er die Verantwortung trugt. Natürlich hängen finanzielle Ängste dahinter, dass er den Arbeitsplatz verliert, aber wenn dann der Sohn die Bankgeschäfte übernimmt, die Tochter dort aushilft, man nach außen alles abschottet, was in der Familie nicht mehr passt, gibt es für den Betroffenen keine Veränderungsnotwendigkeit. Es springen andere ein, vielleicht am Arbeitsplatz Kollegen die Arbeit abnehmen, weil das nicht mehr alles zusammen kriegt, oder der Chef verteilt Arbeit um, weil er entlasten möchte. Das sind gut gemeinte Verhaltensweisen, die man als Co-Abhängigkeit bezeichnet, die aber nur dazu führen, dass der Betroffene nicht mehr die Eigenverantwortung, dass er Dinge nicht mehr auf die Reihe kriegt, dass das nicht mehr funktioniert, abgenommen wird und damit ändert er sein Verhalten nicht und damit kommt es dann eben wirklich zu jahrzehntelangen Zeiträumen, wo sich das Muster so verfestigt, bis dann die Substanz das einzig dominierende ist. Und ich habe durchaus Leute dann in Betreuungssituationen beim AMS in Maßnahmen gehabt, die eine Kiste Bier pro Tag und das schon über sieben, acht Jahre und länger getrunken haben und wo sich natürlich alles einmal nur mehr um diesen Zustand, wo man erleichtert, wo man alles anders sieht, wo man viele Dinge egal sein, dreht und nicht mehr um das reelle Leben im Umfeld. Ja, meine Damen und Herren, Sie hören, wieder ein ganz interessantes Thema. Harald, bevor man noch ganz kurz abschließend, weil die Zeit ist eh schon fortgeschritten, dann auf vielleicht auch nochmal so drei Ursachen, was zum Beispiel Alfred Lengle einmal genannt hat, eingehen, was das an der Stelle noch passt. Gutes Musikstück Emotionales, auch das gut dazu passt, wäre von Marvin Gaye What Going On. Meine Damen und Herren, Sie hören Der existierende Mensch, die monatliche Radiosendung, heute zum Thema Sucht und Sinn. Ich habe Ihnen vor dem letzten Musikstück kurz angedeutet, dass Sie Ihnen was von Herrn Alfred Lengle vorlesen möchten. Alfred Lengle zurzeit sicherlich der Vertreter der Psychotherapie Richtung Existenzanalyse und Logotherapie. Fleißige Zuhörerinnen und Hörer Wissens begründet wurde diese Richtung von Viktor Frankl und dann eben einige weiter entwickelt. Alfred Lengle hat im Buch Existenzanalyse Folgendes geschrieben und das möchte ich ein bisschen als Frage zu dir geben, Harald, wie du das siehst. Zum einen hat er geschrieben, formal sind drei Ursachengruppen zu nennen, individuelle, stoffabhängige und gesellschaftliche, kulturelle, die sowohl in der Prävention als auch medizinischen Behandlung von Sucht zu berücksichtigen sind. Und auf was ich jetzt speziell aussah will, ist so dieses, psychotherapeutisch sind besonders die individuellen Faktoren zu beachten und da spricht er davon, dass jeder Mensch trägt Suchtkeime in sich und der stärkste Suchtkeim ist der anhaltende Mangel an Lebensgefühl. Wie siehst du das, Harald? Das kann ich aus meinen Erfahrungen her sehr gut nachempfinden und bestätigen, dass die Lehre die Menschen oft ereilt, wenn sie am Anfang ihrer Suchtkarriere stehen, irgendwie versucht wird zu füllen und praktisch dieser Konsum ein nicht adäquater Bewältigungsversuch von Lebenssituationen, das eine gewisse Sinnlosigkeit ist, ob es Überforderung in der Arbeitswelt oder mit verschiedenen Lebensaufgaben ist, man versucht in der Prävention natürlich so früh wie möglich zu schauen, dass jetzt beim Individuum Kompetenzen bestehen, die die Person nicht so leicht entschleudern bringt, ob das ist, wenn in der Schule dann Konfliktlotsen ausgebildet werden, wo man dann die Erfahrung macht, Konflikte zeigen unsere Unterschiedlichkeit und können auch unsere Vielfältigkeit in der Gruppe zeigen und müssen nicht etwas sein, was da gibt es nur heiße Luft, Ärger, Stress und Frust und vielleicht gar Gewalt, sondern wir lernen uns über Konflikte, wenn sie konstruktiv ausgetragen werden, weiter in der Gruppe und lernen voneinander, weil da jeder Mensch Stärken hat und gerade das Mix verschiedener Stärken dann eine gute, starke Gruppe ausgibt. Und wenn ich da jemanden habe, der schaut, dass Konflikte eben positiv ausgetragen werden, der so quasi eine Mini-Mediations Ausbildung hat, gelingt das besser und das ist eine sehr wichtige Erfahrung, dann Konflikte nicht nur negativ zu sehen. Genauso wenn eine Lebenskompetenz ist, der Umgang mit Stress, da ist immer wichtig, dass man mehrere Tasten am Klavier und nicht nur eine, die der Alkohol oder nur Sport oder nur bestimmte Verhaltensweise sind, dass man mehrere hat und sagt, ja gut, wenn ich einen anstrengenden Tag habe, kann es interessant sein, beim einen Mal mit der Freundin oder mit Partner gut zu essen und sich in der Richtung zu belohnen, wohin zu gehen oder in einem Theater, in einem Kino, anders Mal kann das was sportlich sein, aber eben nicht zu versuchen, diesen Müdigkeitszustand über eine Substanz zu verändern. Also da geht sehr viel um Lebenskompetenzen, aber auch, wie du da vom Längle jetzt gerade gesagt hast, die strukturelle Komponente spielt natürlich eine Rolle auch, welche Rahmenbedingungen haben wir im Umgang mit unseren Hochleistungserfordernissen, die auf der Arbeitswelt immer wieder da sind, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, wo Leute nicht so leicht aus dem Ruder geraten und sich dann ein Helferlein in Form von einem bestimmten Suchtmittel dann holen. Da wird sehr viel jetzt im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung gemacht, um zu schauen, dass man nicht nur der Person ein Entspannungstraining, Zeitmanagement, Ausbildung gibt und die Belastung gleich lässt, sondern auch schaut, was kann jetzt eine Führungskraft beitragen in der Verteilung der Aufgaben, in der Unterstützung für die Mitarbeiter, welche Regeln habe ich im Betrieb, wo wir uns in Notsituationen aushelfen, um auch Rahmenbedingungen zu schaffen, die da günstiger sind, als wir das jetzt vielleicht vielerorts haben. Man sieht nämlich auch bei der Thematik der Neuro-Enhancer so dieses Schlagwort Doping am Arbeitsplatz, dass auch gesunde Menschen, um sich zu steigern inzwischen zu Mitteln wie Ritalin, das ist für das ADHS-Syndrom, Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätssyndrom, Zappel Philipp, also Kinder, die nicht ruhig sitzen können so leicht, die sich nicht lang konzentrieren können, solche Mittel zu konsumieren, um eine längere Aufmerksamkeitsspanne zu haben und seine Leistung zu toppen und topen, wo man sieht, dass das weitreichend Konsequenzen mitunter auch hat, dass Leute das Gefühl haben, wie soll ich das Arbeitsleben bewältigen oder mein ganzes Leben bewältigen und damit der Leistungsgesellschaft gerecht zu werden. Da schleudert sehr viele. Also meine Damen und Herren, Sie hören ganz ein vielfältiges Thema mit Haufen Bezügen in vielfältige Aspekte unseres Lebens, ganz individuelle, ganz gesellschaftlich-kulturelle Aspekte und natürlich diese Aspekte, was du ja immer wieder erwähnt hast und was der Alfred Lengler auch da gesagt hat, diese stoffgebundenen Aspekte, was wir auch nicht aus Acht lassen dürfen, weil natürlich jeder Stoff, was macht, so wie du sagst, Charitalin, macht das, ist auch gut, weil auf der anderen Seite brauchen wir es, wenn unter Anführungszeichen ein Krankheitsbild vorliegt, zur Bekämpfung dieses Krankheitsbildes oder um Symptome zu bekämpfen, was man aufgrund dieses Krankheitsbildes zu haben, aber wenn wir das im Prinzip dann missbrauchen, um irgendwelche positiven Symptome dann länger herzuholen oder herzuholen in Situationen, wo man vielleicht nicht zur Aufmerksamkeit, wo man nicht die Aufmerksamkeit hervorbringen können, weil man vielleicht abgelenkt sein, weil andere Sachen im Vordergrund stehen von unserem Leben, dann glaube ich, dann ist es nicht gut für uns, dann wäre es eher die Frage, okay, wie gehe ich dann mit den anderen Sachen einfach um, weil das heißt ja genauso Leben, oder? Genau, es geht auch darum, zu sich stehen zu können und dass es einfach unterschiedliche Stärken gibt, wo halt jemand anderer sich vielleicht länger aufmerksam halten kann oder bestimmte Dinge intensiver betreiben kann, aber den Blick darauf zu haben, irgendwo anders habe ich Stärken und da braucht es den gemeinsamen Blick zu sehen, dass nur viele verschiedene Stärken in einer Gruppe, in einem Team zu einem Hochleistungsteam führen. Fünf Leute, alle die gleiche Stärke haben, es wäre kein Hochleistungsteam, weil man die verschiedenen Ausprägungen und Facetten auf verschiedenen Ebenen wichtig sind, eine kreative Person, eine die konsequent in der Abarbeitung von Aufgaben ist, jemanden, der mehr schaut, das Gesamtstrukturen passt, da braucht es verschiedene Facetten, die ja dann, das knüpft ein bisschen an, eben das Interesse an Gruppen, die ich ja habe, die dann ein Gesamtes geben, das mehr ist als die Einzelteile mit ihren Stärken, praktisch die Einzelmenschen mit ihren Stärken und das macht es dann spannend, aber eben wichtig, wir können nicht überall in allen Facetten Hochleistungen bringen, wenn wir schauen, wo stehen wir, wo ist meine eigene Stärke, nicht zu versuchen dann, das wieder mit irgendwelchen Substanzen zu tunen. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz auf einem zentralen Thema zum Schluss, weil so wie du ja gesagt hast, ich glaube, das ist dann eine höchst umfassende gesellschaftliche Dimension, wenn wir schauen, wohin Richtung Ausbildung geht, wo das Berufsleben hingeht, was gefordert wird Richtung Arbeitskraft, wo die Frage ist. Das Gute wäre ja dann, ich habe auf der anderen Seite meine Stärken und ich habe auf der anderen Seite auch meine Schwächen und das macht mich aus und wenn ich da praktisch genau das finde, wo ich gut hinpasse und dieses Team, was genau diese Eigenart von mir dann schätzen kann und wo ich dann im Prinzip genau, weil ich so bin, richtig bin, dann wäre es gut für mich. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aber irgendwo drinnen bin, wo quasi dieser unter Anführungszeichen Roboter gesucht wird, ohne Schwächen, der was hoch leistungsfähig ist und das vielleicht 24 Stunden am Tag, nicht zeigt, dass er müde ist, die Aufmerksamkeit immer top oben hat, dann sind wir natürlich auch in einer extrem krankmachenden Umgebung. Der Erich Fromm, einer meiner Lieblingsliteraten sozusagen, hat er das als Marketingcharakter bezeichnet, das sehen wir auch in der Wirtschaftswelt immer wieder, alles scheint besser zu werden, billiger zu werden, überall super Lative und letzten Endes stellen wir fest, dass es schon ein eingebautes Ablaufdatum von Dingen gibt und dass praktisch dieses Marketing nur vorgaukelt, alles wäre super und alles bestens und dahinter, hinter der Fassade steht dann ganz was anderes und ganz gefährlich, wenn wir das auf Menschen übertragen und auch gegenüber den Freunden, Kollegen oder in der Arbeitswelt überall so tun müssen, als wären wir die Allwissenden und die Besten in jeder Facette, das erzeugt sehr, sehr viel Druck und nimmt Menschlichkeit, Menschlichkeit eben zeigt, es gibt Stärken und Schwächen und jeder von uns hat sie. Der adäquate Umgang damit macht das ganze Leben bereichernder und aber eben menschlicher. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da können wir ganz gut schließen bei der heutigen Sendung. Sie hören auch heute wieder, es wäre sicher noch einiges zu sagen, aber es ist ja auch gut, dass einiges offen bleibt. Harald, vielen Dank, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Ich habe es als ganz interessante, anregende Sendung empfunden. Meine Damen und Herren, hören Sie wieder rein, wenn es wieder heißt in einem Monat der existierende Mensch, dann wird es sein am 7. 8. zum Thema Trauer und Sinn, wird sicher auch wieder eine ganz interessante Sendung. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen heute noch einen sinnvollen Abend. Harald, möchtest du auch noch etwas sagen? Ich würde an und für sich nur mehr einen Titel meiner Lieblingsband anfügen, wie der Dangerous Dream heißt, Beach Theme, ist eine ganze meditative Musik, zu einem Film, eine Filmmusik, die eine Entschwingung bringt und die Gedanken laufen lässt und sich vielleicht zurückbeziehen lässt auf das, was wichtig ist. Musik, das ist eine Musik, das ist eine Beziehung, das ist eine